Ich tralisse meinen Augen nicht. Es ist wie eine Parade, aber eine ungeplante. Tralisse? Ja, ganz genau. Ich meine, seh euch die Tiere an. Sie drehen total durch. Das bringt mich auf eine Idee. Süße Tiere sind immer gut für einen Feed. Ich kann es nicht fassen. Mir fehlen die Worte. Versuch mal Tralisse. Funktioniert immer, wenn du etwas oder auch nicht tralissen kannst. Oh nein, sie laufen direkt auf den Leuchtraum zu. Achtung, Leute, auf dem Wind. Alles gut. Vielleicht noch nicht ganz. Oder aber doch. Gepostet. Na toll. Wieso liegt ihr bloß herum? Ich brauche Hilfe bei den Tieren. Kannst du nicht darum bitten, dass sie sich beruhigen? Immerhin sprichst du ihre Sprache. Das heißt nicht, dass sie auf mich hören. Also helft ihr mir? Entschuldige, was? Ich habe nicht zugehört. Seht ihr? Aber natürlich sind wir deine Hilfssheriffs. Danke. Während ihr euch um sie kümmert, sollte ich nämlich schleunigst zurück zum Garten. Sunny wirkte gestresst. Lass dich nicht stressen, Sunny. Wir sind jetzt richtige Hilfssheriffs. Wir helfen dir aus. Cloud Puff, was hast du hier verloren? Behältst Pip und Sip für Königin Haven im Auge, was? Ja, das klingt ziemlich langweilig. Willst du mir lieber helfen? Was mir fehlt an magischer Kraft? Aus meinem Ali-Horn-Licht erbracht! Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Alles lief vollkommen in Ordnung, bis du meine Konzentration gestört hast. Du weißt, dass meine Kräfte beeinträchtigt sind. Nein, wusste ich nicht. Gute Antwort. Aber es ändert nichts daran, dass sie noch nicht stark genug sind. Die Magie ist zurück, Misty. Sie ist zurück. Und diese dummen kleinen Ponys haben sie erhalten. Und das durch Zufall. Ja, Zufall? Damit könnten wir es auch versuchen. Hör auf! Deren dumme Einigkeitsmagie ist nichts weiter als ein Funke. Nur ich allein kann die Flamme kontrollieren. Schließ sie nicht ins Herz, Misty. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Oh, das habe ich nicht. Ich war nur von deiner Magie beeindruckt. Natürlich warst du das. Es gibt nichts, das wichtiger ist als die Magie. Und schleicht sich meine magische Maus in deren magisches Haus. Komme ich endlich dahinter, wie sie sich die Prisma-Energie zunutze machen können. Oh.